Viele Jahre lag Schloss Rheinbieg verborgen hinter hohen Bäumen. Seine Renaissance-Schönheit war nach zahllosen Um- und Anbauten vergessen. Die Restaurierung in den 80er Jahren brachte nicht nur die ursprüngliche Architektur wieder hervor, sondern förderte auch Schätzen wie die Arkaden und die bemalten Holzbalkendecken zutage. Dieser Prozess wurde filmisch dokumentiert. Für Coding Da Vinci stellen wir 30 Szenen aus dem Material bereit. Die gealterte Optik macht nach unserer Ansicht den besonderen Reiz aus und schafft einen eigentümlichen Kontrast zu dem, was heute vom Schloss sichtbar ist. Wir hoffen, dass gerade dies die Entdeckerlust weckt und zum spielerischen Zugang einlädt. Alte und neue Grundrisse sowie historische und aktuelle Fotos ergänzen das Datenset. Wir sind gespannt auf eure Ideen.